Warte mal, haben Pisten jetzt hinter uns zugesperrt? Ja, geil. Ich höre ein Schweinchen. Hast du auch ein Schweinchen gehört? Ja, ich höre Schweinchen. Ich glaube, wir müssen uns nach Grause traben und die Schweinchen retten. Ja, save the pigs! Let's go pig rangers! Go, go, piggy rangers! Ah, schön. Lies du mal, ich muss mich sonst so viel räuspern. Ah, I couldn't kill you there, but it will be impossible for you to destroy the core and me. I shall use my best weapon to defend the core from letting you destroy it. There won't be any mercy. Try to stand on both platter plates when the corresponding red torch is burning. Then try to explore the TNTs. Then get inside it to destroy it from the inner out. Oh my god, it's destroyed from the inner out. Defeating you takes less effort than slapping a baby. Not ever I'd... Was? Not that I'd ever done that. Don't do that! Ah, ich kann nicht lesen. Die Monster, you don't... Belong in this world. Belong to this world, yes. Because I'm a monster and I will die. You know the difference between you and the you five minutes ago. The you five minutes ago had five minutes to live. Er hasst uns. Er hasst uns. Wieso sind das nur five minutes? Ich brauche mehr Zeit dafür. Hell, I can already smell you rotten... Ich brauche eine Duke Nukem-Stimme. Hello, I already smell you rotten corpse. So, ähm... Es pisses mich auf. Es pisses mich auf. Ah, lass ein Knopf. Knopf wie Knopf. Was Kampf? Beginnt. In drei, zwei, eins. Ähm... Bist du schon drin? Nein. Warum nicht? Du stehst da noch in der Tür. Echt? Ja. Okay, ich glaube, der Server hat sich aufgehängt. Jetzt hast du dich bewegt. Ja, du... Jetzt stehe ich hier in der Mitte. Okay, warte. Geht's jetzt? Hüpfen wir. Boing, boing, boing. Direkt vor dir. Warte, wir machen einfach hier nochmal kurz einen Neustart. Okay? Ja. So, da sind wir wieder. Bosskampf halbwegs gerichtet. Wir müssen uns hier auf die Platten draufstellen, wo diese Pfeile rauskommen. Müssen warten, bis diese Fackel über uns leuchtet. Und sobald die Fackel leuchtet, muss ich vorsprinten, weil dann das TNT frei ist. Davor ist eine Glasscheibe übrigens. Seht ihr jetzt gerade nicht, aber ich weiß es. Vom letzten Mal ja noch. Und so, jetzt geht es runter. Jetzt muss ich hier rennen und... So, genau. Feuer reingehauen, glaube ich. Mh, ja, aber auch. Das sah zumindest so bei mir aus. Jetzt macht's bumm. Und dann haben wir eins kaputt gemacht. Und jetzt müssen wir jetzt das nächste machen. Und sonst müssen wir mit allen vier machen. Und möglichst versuchen, aber nicht drauf zu gehen oder so. Aua! Ganze Pfeilarmader kommt auf dich zugeflogen. Gucken, 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 gucken. Gucken, 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 gucken. Ja, hallo? Oh! Bingo! Wieso bin ich dieses Mal so viel besser? Beim letzten Mal war ich nicht so schlecht. Gehen wir gleich zum nächsten. Ich habe das Gefühl, es läuft flüssiger. Ja, kann auch sein. Aua, aua, aua. Bloß nicht ins Tee, Tee, Rinn. Au! Okay, ah, der ist schon runtergefallen. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Aua. Ja. Sich selber anzünden kann ich wenigstens noch. Aua! Und wir warten und wir warten und wir warten. Da drüben ist es schon rot. Gleich ist es hier rot. Ach, bereit. Düm, dü, 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 dü. La, 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 la. Aua, ganz viele Pfeile. Äh. Oh, no! Das war jetzt zu schnell. Ich glaube, das hat funktioniert, ja? Ja, hat. Denkst du, man kann auch das Feuer davor setzen? Hm, keine Ahnung. Vielleicht weiß das, äh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Egal, versuchen wir es einmal. Au, 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 au. Da ist er schon. Da ist er schon. Habe ich jetzt getroffen oder nicht? Ich glaube, ich habe den Feuerfunken gesehen. Schauen wir mal zu. Ja. Ja. Toll. Gut, gut. Ich hoffe, ja, jetzt. Und jetzt da oben. ACHTEN, BOTS! Entschuldigung. Au. Au. Jetzt muss ich wieder hochklettern, weil wir den Boxkampf geschafft haben. Papapapam. Kriegen ein paar Steine geschenkt, natürlich. Möchten Sie das Loch zuerst betreten? NITAREC. Oh, was ist das da? WAAAHAAAA. Wo bist du hin? Oh, mein Gott. Hallo. Hallo. Und hier steht... ...unerkennbare Schrift. Und deswegen... ...und deswegen... ...und das war klingonisch. Nein, ich glaube, das ist ein Kommentar von einem Abonnenten. So komme ich mir auch immer vor, wenn ich die lese. ...hü-hü-hü-hü. So-rüh-hü-hü. So-rüh-hü-hü-hü. Die lese super jacken. Who's ardent? Building Terra. Hier, hier geht's lang. Du steckst noch im Portal drin. Ja, aber es bin mir noch nicht geladen. Da, ähm. Äh, äh, äh. Hallo. Lichtstein. Es leuchtet. Ich habe noch einen Spitzhacker gehabt. Gegen Vorhand, die Neustkurren. Wow, Render-Distanz-Fahr einstellen und angucken. Äh, ich schmeiß erstmal die ganzen Steine gerade noch weg. Ne, ne. Eppisch! 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 Ja, ich halbstell auch mal Fahr ein. Schauen wir mal ob Minecraft abstützt, wegen dem ganzen Nutz, was ich laden muss. Lade! Lade Minecraft! Lalalalade... Today I just feel like playing Minecraft! Eppisch! 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 I just wanna play it all day! I don't feel like I will not at all, so let me miss this with my walk! Today us fair, I'm just playing Minecraft. Playing Minecraft! You know. Playing Minecraft. Playing Minecraft. What up? Up, up, up! Playing Minecraft. Oh nein, er ist faszinierend! Oh nein, er ist faszinierend! Wir töten gerade klar vor. Wir fühlen uns natürlich stolz wie eh und je dabei. Da hinten sehe ich schon das TNT. Schauen, wann sich das erst entzündet, jetzt hat. Dann gehe ich mal langsam ein paar Schritte nach hinten. Und dann... Massive TNT-Explosion! Oh mein Gott! Wie lange sind die Häschen da drin? Und wieso liegt der Server da nicht oder sowas? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Oh mein Gott. Zwei Portale für mich und meinen sehr freundlichen Klonen. Ok, ok. Wir gehen ins, bevor die TNT-Blocks schrauben uns aus. Oh mein Gott! Ich will nicht... Oh, jetzt habe ich mehr. inking wahr? Was hast du? Ich habe Wul. Wul Was процесс die mindful? Oh mein Gott sieht man sich ok aus. Cool So Good job! Du peux dagegen sagen wir! Du hast es auch太활gel straight! Du hast es geschmeckt aus dem decorate. Du kannst sie abgen kirchen. Danke schön für mich! Lass mich auf dem Forum wissen, was ihr daran gedacht habt. Vielleicht sehen wir uns nächste Mal. Im teilenawks那個 Lass. Wenn du in die müste... Da ist die froh! Ich bin frei! Die Welt wird auaauauauauau! Okay... Okay. Oh... Hier ist noch ein bisschen Zeug drin. Kuchen, Diamant, Musikdisk... Oh, und hier ist ein bisschen Musikdisk. Das ist doch schön... So, jetzt haben wir noch ein bisschen schöne Abschiedsmusik. Jetzt hör doch mal auf zu cremessen. Das ist lustig, aber es ist lustig. Aber es ist übel. Huiiii. 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 Oh, mir wird, glaub ich, gerade schlecht. Uuuhhh. Huuuuh. Huiiii. Aber es ist lustig. Huiiii. Aber es ist übel. Huiiii. Huiiii. In der einen Intruder sind Schneebälle, in der anderen ist alles mögliche, Zeug zum Cheaten. Ah! Au, 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 au! NOOOOOOO! Ich höll dich wieder her. TP hier. Puste. Ich hätte dir auch Slashback eingeben können. Ida. Du musst doch Fackelmax demonstrieren. Nimm dir eine Fackel und demonstriere Fackelmax. Nein! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Und hier steht noch... Ich möchte all diese Menschen hier... ... ein spezielles... Ich hab Angst, dass du mit dem Lover einmal kommst. Ein spezielles Dank, dass du meine vorherige Map spielst. Oh, ich geh weg! Oder andere Gründe. Also, ich möchte die Menschen, die ich vergessen habe. So, und ich stehe, wo stand ich? Da drüben. Ah, da drüben. Ah, da drüben. Und Amber! 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 Amber, es ist Amber! Oh mein Gott, es ist Amber! Wer ist Amber? Keine Ahnung! Aber sie steht hier! Wer ist Amber? Hier gibt's auch Idiot-Craft... Oh, da ist gerade ein Schaf gestorben. Na ja, was passiert! Uwulele... Videogame-Extras... Honeydew! Oh, das steht hier auch. Hm. Xephos... Alle möglichen... Alle möglichen anderen Idioten... Und wir verabschieden uns jetzt hier an dieser Stelle. Wir machen jetzt danach noch einen Special-Part, aber hier verabschieden wir uns auf jeden Fall schon mal. Weil die Musik gerade so schon passend ist zum Verabschieden. Ich habe Diamonds. Diamonds? Wir sehen uns wieder beim nächsten Adventure. Ja, wir haben schon geplant, weitere zu machen. Ja, ja. Ui, 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 dann ist es besser zusammen. Ja, es ist besser zusammen. Ja, es ist besser zusammen. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Euer Zombie... Und eure... Tschüss! Tschüss!